Hi Leute, weiter geht's mit Let's Play League of Legends. So, wie bereits gesagt, machen wir jetzt gerade diese Quest hier und dafür müsste ich noch 8 Spiele in der Flex Queue spielen und eines davon werden wir jetzt spielen. Ich werde auch wieder als Support, als Leona Support spielen. Äh, mit, mit der war's. Und bin ja mal gespannt, wie das, was das wird. Supporter, juhu! So, wir bannen auch wieder die Morgana. Na, komm. Morgana. Auch ihr werdet gerichtet werden. Na, der fünfte Bun. Ja, Su, Set, Fizz, Morgana und Kain. Riven, Soraka, Twitch, Atox und Gnar. Riven, Atox, Gnar? Die sind alles Top-Champions. Bei dem plus ein Supporter und ein ADC. Und bei uns haben wir, ähm, drei Mid-Champions. Ein Jungler und ein Supporter. Noll. Also, die haben eher bei Top-Angst und wir haben eher bei Mitte-Angst. Das ist echt lustig. Anny. Na toll, so gebannt. Jetzt sind die Anny. Das heißt, selbst wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt nicht Leona spielen würde, könnte ich dann nur noch Raum. Varus. Der überarbeitete. Oder, ne, ich glaub, der hat nur einen Splash bekommen, oder? Keine Ahnung. Vielleicht wurde er auch überarbeitet. Aber ich hab mit diesem Splash, äh, ich spiel das erste Mal. Also ich hab das, ich seh das noch nicht. Äh, zum ersten Mal. Ich hab das aber natürlich auch schon ein paar Mal in, äh, in LOL-Videos gesehen. Ich schau ja, Heim Coconut, äh, nein, Coconut Gaming schau ich ja an. Die Sonne geht auf. So, auf was bin ich da eigentlich gerade? Rüstung und Magieresistenz. Das ist da. Sehr gut. Da wollte ich doch was anderes ausrüsten. Mist. Weil man's ja immer vergisst. Naja. Mein Hirn ist halt nicht das Beste. Aber gut genug. Hmhm. So. Weit ab jeder Zivilisation gelegen ist der Targon kaum zu erreichen. Nur durch äußerste Entschlossenheit gelangen Reisende hierher. Wir haben bei den Gegnern Schneetag, Sincht, Top, Arcade, Hekerem, Jungler, Rotkäppchen, Annie in der Mitte, Feuerwax, Jinx als ADC, Urf, Dynamity als Supporter. Bei uns haben wir Israel Top, Zeck im Süßausfit, der süße Zeck, ähm, Jungler, Garen mit, nein, Garen Mittel, Israel, Garen Top, Israel mit Saison, Varos ADC und wir als Leona Support. Wir haben hier viermal Silber, zwei, die ihre Champions gut können, zwei, die ihre Champions gar nicht können und einer, äh, und wir können ihn hervorragend. Sollten. Hä? So, bei den Gegnern sieht es so aus, als wären da zwei Premade, bei uns sieht es nach gar keinem aus. Das ist irgendwie, also wenn wir jetzt wieder in Raiden und wir kriegen das erste Blut, dann ist das irgendwie so eine Dauerschleife, also langsam. Naja. So, ich habe ja gesagt, ich will mir das Skillen erstmal aufheben. Zu mir. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. So, kommen die irgendwo? 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versallen. Zeck hat gewordet. Okay, sieht nicht nach einem, ähm, Hinterhalt aus. 30 Sekunden haben wir noch. Die Versallen sind erschienen. Die Versallen sind erschienen. Da ist Sinsch, da holt sich die Minions. Der muss ohne Minions kämpfen. So. Bei Sinsch hielt das tatsächlich. Ich hasse solche Sinsch... Ich hasse die Sinsch, die das machen. Die mag ich überhaupt nicht. Das erste Licht, ja. So, die haben natürlich jetzt die, äh, jetzt zum Anfang sind die natürlich besser. Weil ich noch nicht so stark bin. Ich bin halt ein Fernkämpfer. Aber wir haben erst das Level. Mist. Als erstes Level ab. Mist, Mist. Naja. Dafür konnte Maros jetzt ein bisschen gut farmen. Aber ich sollte jetzt das Mana erst mal ein bisschen sparen. Jetzt hätte ich das schon zu längst zurückgeportet, wenn er klug ist. Ja. Das wäre für Licht der noch. Ja. Und mit TP ist er wieder zurück. Vermutlich zumindest. Es sind auch schon drei. Es war alles umsonst. Alles, was ich genutzt habe, war alles umsonst. Mist. Wie viel Lauftemporti? 335, ich auch. Wir waren halt echt, äh, ich glaube, es war eine Angriffseinheit zu wenig oder so. Das war pures Pech. Zu mir. Naja, jetzt kann ich mir sowas nicht mehr leisten. Ich habe drei Stunden, ich habe ja den da schon. Auserwählte der Sonne. Da ist die Jinx. Ich bin sicher auf Dynamis hier irgendwo. Na? Das erste Lichtgänger. Da ist die Nami. Ich hätte ja so reingehen können. Ich bin noch immer nicht 4. Jetzt bin ich 4. Jetzt ist die Jinx 5, aber er ist auch 5. Nami fehlt. Die ist irgendwo da. Oder weg. Da ist sie. Ich habe die Falsche gestunnt. Ich habe die Falsche gestunnt. Ich habe die Falsche gestunnt. Sehr geil. Das war echt geil gemacht. Ich gehe schon mal zurück, dann kriegt er die Falsche alleine. So, jetzt das da und dann geht es da weiter. Das geht noch nicht. Dann platzieren wir hier wieder den Board. Dann haben die nochmals Chang'e nach Hekerem. Oh, 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 nee. Wir platzieren ihn hier. Denn Hekerem läuft gerne mal hier so rein in den Turm. Ich werde euch beschützen. So, da ist er schon, der Hekerem. Getötet. Das ist saugeil. Ich war nur leider ein bisschen zu langsam. Das war ein schlechter Smite. Smite, aber naja, gut, es ging lieber hier rechts ein bisschen. Das ist nicht gut. Was machst du? Na gut. Okay, dann machen wir das halt so. So, ich bin fünf. Die beiden sind schon sechs. Er ist sieben. Dann machen wir das halt so. So, äh, Jinx Flash. Er hat Teil noch bereit und will, dass wir es nochmal machen. Okay. Fuck. Fuck, 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 fuck. Er geht jetzt wahrscheinlich hier so hinter und will dann in den Turm rein. Deswegen gehe ich jetzt hier hin. Oh, ohne Hekerim hätte Varus die Nami wahrscheinlich bekommen, also. Tja. Oh, cool, die haben die Nami erwischt, obwohl Hekerim da noch hängen gekommen ist. Ähm, was ich weiß ist, die Nami ist vorhin geflasht. Ah, jetzt haben wir den da. Ich hätte das austauschen können. Mist. So, jetzt hier schnell den da. Damit könnte ich Level 7 erreichen. Nein, leider nicht. Das war echt saublöd. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Jetzt müssen wir den Turm holen, weil sonst... Sonst holen die in sich dann. Jinx ist noch tot, Hekerim ist auch tot und der Nami kann uns nichts anhaben. Aber das Mahler muss sich trotzdem sparen. Ich will schon einen Turm zu schütten. Nein, wir kriegen den Ersten. Suk. Ich weh! Jetzt. Ich will schon einen Turm. Ich will. 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 Hat uns natürlich beide erwischt Aber wir hatten den ersten Turm, das ist echt super Mist Mist Ah, Mann Dieser Hakerin Der macht uns noch fertig Ja, der Hakerin Ähm, so Gut Wer kostet Schuhe Ja, der Hakerin, der macht uns fertig Wobei, ähm, jetzt habe ich Schuhe Jetzt ist es ein bisschen besser geworden Ich darf nicht Okay, keiner da Da ist der Bord auch aus Da ist die Jinx Natürlich Natürlich trifft mich das Das ist der Bord Das ist der Bord Das ist der Bord Das ist der Bord Bitte Der Hakerin Der Hakerin ist es Ja, das war echt blöd Wir waren eigentlich Er wusste gar nicht, dass wir hier sind Wir hatten uns hier versteckt Und sind halt hier rein Und schon kam er zurück Aber ich habe auch zu spät geholt Das wäre die Jinx tot gewesen Naja, egal, ähm Das ist das nächste 20 sind zu viel Ich glaube, es waren eher nur 10, 15 Ich habe das schon wieder vergessen Ah, Mann Wieso muss ich das dann vergessen? Wir haben ein Esreal-Team? Ich habe noch nicht eine Esreal-Ult gesehen Sind Stopp Die sind irgendwie alle Mitte Sind zwar da, aber das ist auch sehr nah an Mitte Willst du wirklich? Nein, will er nicht Ich habe noch nie Garen geht wieder zurück Esreal ist noch tot Liegt sehr gut Garen und Esreal haben gefehlt Die sind zwar auch hier Okay, drei für drei Das ist wieder okay Das ist wieder okay Ich habe Ich merke gerade Ich baue den falschen Gegenstand Ich bräuchte eigentlich Amulette Eisen und Solari Warum baue ich jetzt Ritterschuhe? Ritterschuhe kann ich später bauen Garen ist auch so blöd Der Der Zack hat halt auch Zwei Gegner Zum Varus geholt Zwei Gegner Sehr schön Ich hätte vielleicht eh noch machen sollen Aber egal So, Hekerim fehlt Ich nehme mal einen Heiltrank Die Sonne geht immer wieder auf Ein Gegner wurde getötet Ein Gegner wurde getötet Hekerim ist tot Annie ist tot Sehr schön Da wird auch kein einer Ich glaube das singht Mit gerade Ich gues die Chased Weil es singht Chased Die Handern Ich gues die Handern Jinx Zack fast da wärst du nicht gekommen aber wir haben den zum gekriegt naja so als ob ich das da jetzt baue ich aber das da definitiv ich fange schon mal mit dem hier an und dann kann ich ihn nichts mehr auch ich konnte gerade noch in trank lol dass die nami nicht zurückgegangen ist ich war so gut wie tot und sie wird sich wahrscheinlich zwei dreimal gehalt haben ich komme aber es wird wahrscheinlich zu spät sein hast du noch flash nein hätte er nicht mehr gehabt naja bei denen ist der supporter tot bei uns der top spieler die haben unser ganzes team auseinander genommen sogar tordorf und da gut es war auch ein die namen war ja auch ist eine halbe dringend kauf und das bringt mir jetzt auch nichts mehr die haben jetzt noch sinch getötet ich habe mir noch diese blöden andere gegenstand immer wachsam na gut, push mir ein bisschen Bord ich brauche endlich mal die Spierlinse boah, ich kann mir mittlerweile auch schon die Orakelmodifikation kaufen so, die nächste Welle könnten wir noch machen, danach sollten wir abhauen wir haben einen Tun zerstört das ist toll es sind drei nicht bei uns, zwei könnten zu uns kommen Jinx ist da ich werde euch beschützen das war irgendwie ein bisschen blöd von ihm kam halt der Hekerim Licht auf Sinx, Licht auf Sinx auf Hekerim, auf Hekerim geht Licht auf Sinx Licht auf Sinx Mist hat der gerade Geist aktiv ich glaube der Geist aktiv so ja, ich sterbe hauptsächlich an Hekerim und an normalen Schaden und hier an der Giftspur nein, jetzt haben die mir meinen roten Mord zerstört das mag ich überhaupt nicht so Garen? das war... oder war das Sinx? könnte Sinx gewesen sein, dass er vorgelaufen ist das ist überhaupt nicht gut die Sonne geht immer wieder auf die Sonne geht immer wieder auf die Sonne geht immer wieder auf Höh die Sonne geht immer weiter weil es ist nicht so toll woran bin ich gestorben jinks normal angriff verdammt warum bist du bort so ein mist sind statt tp dieses spieler fliegen mir nicht so toll wenn es zwölf er wird bin ich nur ein level hinten ein level hinten zwei level ein level hinten ein level hinten eine vorne denn es eigentlich vorne die bären ich bin jetzt hier den den red ward hier Warte mal, da steht schon ein Rautabart drin. Warte mal hier. Sinch wurde getötet? Wie das? Ich dachte, das wäre ein Jinx. Jetzt haben wir gleich einen Ass und ohne dass einer stirbt. Saugeil. Ja, aber wir haben es leider nicht geschafft. Die werden durchträgt. Boah, ich kaufe mir... Ich gehe jetzt zurück und kaufe mir dieses blöde Orakel. So, ähm... Ja. Ich brauche was gegen Jinx. Ich hole mir die... Äh, nein, Dornpanzer nicht. Ich hole mir den hier. So, und jetzt gehe ich zu Varus, der wahrscheinlich zurückgehen wird, oder? Na gut, der Blau und Rot, der musste das ausnutzen. Dann gehe ich in die Mitte. Garen ist tot. Ich habe auch. Dann gehe ich in die Mitte. Dann gehe ich in die Mitte. stopp noch ein level hinten es ist in vorn sind gleich auf mitte 1 hinten zenten top ist jetzt auch wieder 1 gleich auf äh der war doch gerade eben noch da wo ist denn sehr schön dass sie mich alle im stich lassen wie sind die da hinten hingekommen wir sind doch hier entlang sind die ganzen weg hier so hoch und da ist aufgetaucht oder was bist ich weiß nicht ob man die auf der karte hätte sehen können aber ich habe auch leider nicht aufgepasst alter gareth greift nicht die namen an er hat die namen die war zu zwei dritteln vielleicht zu vier fünftel tot hätte der schaden auf die ende gut die sind sowieso beide gestorben aber dann hätte hätten werden die anderen nicht weg und hätten sich vielleicht anschließend noch mal auf die name konzentriert und dann werden wir vielleicht drei gestorben da ist ein wort wir haben zwei winddrachen wir haben Bist. Bist. Jinks und Nami haben überlebt. Wer war das? Ich glaube, der Zag war das. Der hätte mit uns hier auf die Annie gehen sollen. Mist. Wie sieht's aus? Jetzt sterbe ich am magischen Schaden, bin ich gestorben, von der Annie. Dabei habe ich eh schon 147. Okay, also ich brauche danach unbedingt den adaptiven Helm. Lol, der Turm wurde von den Minion zerstört. Obwohl die hier pushen. Na gut. Ich greife nicht die Nami an, Alter. Okay, also langsam kriegt der Varus richtig heftigen Schaden. Barron ist wieder da. Dann lass uns mal den Barron machen. Sehr schön. Drei Gegner tot. Okay, ich glaube, der steht gleich wieder. Wir sollen nicht kämpfen, heißt. Mist. Mist, war dann der Jinks-Sult. Ja, es war ein guter Sprung, aber die kommen trotzdem hinterher. Ja. Da haben sie ihn. Er ist halt hier. Er ist, ich glaube, von hier ist er dahin gesprungen. Und das war halt eine gerade Strecke, die die anderen laufen mussten. Er hätte irgendwie da hinspringen müssen oder so. Und dann hier so runter, dann vielleicht, ja gut. Okay, das ist der Knallzopf nicht. Keine Ahnung. Euer Inhibitor wurde zerstört. Naja. Das stimmt, das war halt echt. Die beiden, es ist der Top. Und Varus Bot gegangen. Das war echt saublöd. War saublöd, aber egal. Wir haben einen Kampf gemacht, wir können den nächsten auch gewinnen. Mist, ich habe extra noch das gemacht für den Assist, aber es war zu spät. Hm, sind sie tot? Mist. Mist. So, sehr geil. Uh, geil. Ass. Jetzt haben wir gewonnen. 1,12,20, boah, dieses Spiel war echt schlecht. Aber wir haben uns wieder gefangen. Schaut, was ihr angerichtet habt. Genau. Langsam wird es anstrengend. Na gut, äh, wen ehren wir? Sag mal mit so aggressiv und Garen auch ein bisschen vom Schreiben her. Ähm, ich ehre mal, das ist ja für locker geblieben, weil der hat ja eigentlich gar nichts gesagt und so. Und, ja. Der war halt nicht aggressiv. Der, äh, Varus war am Anfang ja, als wir das eine Mal vergeigt haben, war auch ein bisschen blöd dran, äh, drauf zu. C plus, ja, also. Wie gesagt, wie gesagt, 11 war gestorben, das war echt scheiße gespielt. Naja. Aber wir haben die, äh, um 1000 Gold nicht die Nami erreicht, aber trotzdem. Es ging. Yeah, nur noch sieben Spiele. Gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.